Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leck mich am Arsch Games mit dabei heute in rot der Chrisinio7. Ich bin der Killerkernickel 3000. Kannst du mal hüpfen oder so? Das Marke HD. Ich wollte gerade drücken. Moin. Kackstift rausdrücken. Sie gehöre ich in Robert. Und euer Prono natürlich. Viel Spaß. Anrücken. Ich habe keine Ahnung wie das geht. Wir alle nicht. Dann ist er gut. Ich lasse mir übrigens was von den Avatar entfallen. Weil ich finde den vom Chrisinio richtig pornös. Er läuft übrigens im Privaten auch so rum. Genau. Doritos Crash Course 2. Noch nie gespielt. Okay. Strinden. Strinden. Feiges Huhn. Ich bin Karnickel. Wie soll ich denn da? Halte Weggabelung frei, um dir schwer zu erreichen, eine Sterne zu holen. A drücken, ihr Pussys. So was hüpft der noch? Jawohl. Ja, ey. Was muss ich jetzt machen hier? Zugucken. Ah. Okay. Ey. Wacken jetzt ist lang. Was ist das denn? Muss ich alle Sterne nehmen? Oh. Ich glaube, ich bin leicht besoffen hier. Nein. Steuerung fühlt sich ja sehr, äh... Nein. Oh. Echt? Was ist die Scheiße? Komm, springen, Junge. Boah, schönes Ding. Den, 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 den. Oh. Einer bis an die Jana Jones unten. Komm. Oh. Zuck. Nein. WTF? Warum springt der wieder zurück? Ist der dumm? Jawohl. Bin ich erster? Ich glaube schon, ja. Boah. Zweiter. Also, ähm. Ja, kommt der reingetanzt. Was ist das? Schwul. Erfolg. Erfolgsfrechstelle, jawohl. Oh, bist du ein Pussy. Sag mal, was habt ihr jetzt alles gedrückt, so? Alles. Hoch, runter, links, rechts, R, D. Ja, kommt der Arsch rein. Wie viel, wie viel Sterne habt ihr? Viere. Ein. Ich hatte wesentlich mehr. Also, Leute, ähm, wir wollten eigentlich Worms spielen. Vier. Aber, äh, da gab es so dermaßen Verbindungsprobleme, das heißt, der eine kam rein, der andere kam nicht rein. Weiter. Wieso wurde mir da oben Sunrise angezeigt? Hat dir das Spiel auch schon gezockt, oder was? Wahrscheinlich. Bei mir stand, der Rekord, den Rekord hatte Füssel. Stand bei mir. Was war für eine Gay-Party? Die laden sich auch jeden Scheiß runter, ne? Ey, warum werd ich immer hier gezeigt? Ja, weil du es bist. Jeder sieht sich selber, wahrscheinlich. Ach so. Und go. Alter, was? Jetzt. Hä? 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 Der Killer-Kanickel, der kann zwar nicht hüpfen, aber der kann die Wanderer hochlaufen. Boah, muss ja einer sagen, ey. Jawohl. Oh. Schön, wie wir jetzt dann matschen. Ja. Aua. Ich bin ins Wasser gefallen. Ja, da muss ich jetzt bis hierhin zurück, oder was? Wohl. Der fliegt aber... Nein. Miss, die Physik ein bisschen zu. Nein. Joi. Oh, ja. Geiße. Oh, ficken. Komm, mach zurück. Bei Ficken hilft auch nicht viel. Nein, nein, nein. Oh, ich bin wieder daneben. Zurücksetzen. Ey, warum packt er das Ding denn nicht? Muss ich dir das gerückt halten, oder? Aber mein Haar, so wurde... Oh, ey. Komm schon. Boah, der erste. Ich glaube, der Krieger. Warum kann man kein Nickel eigentlich nicht hier mal die ganze Zeit? Wohl. Jawohl, schönster Matsch, die wirne. So, dann erstmal oben rauf. Dü, 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 dü. Pam, pam, Junge. Surprise, bitch. Nein. So. Da kommt der Kilderkarnickel. Hey, hey. Hallo. Guck, guck. So, kriegen wir noch einen dritten Platz? Den DNF's, Marky. Was? scheiße in einer zeit von 58 sekunden ja komm aufgeschüssen weg also ich kann bis jetzt nur springen und sprinten mehr kann ich noch nicht du musst ja auch den ls mal runter halten sonst leidet er hat er ist immer die gleichen bilder hier oder was ja jungs äh das ist umsonst das spiel da ging es nicht lang bounce 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 nein was ich nicht gekriegt oh nein ein schluss opa nein weiter ja kommen sie bis 21 sein aber das ist ein hammer geht hier nein BAMS! boah ich bin sogar 14 Sekunden schneller als der Füßel ich bin auch schneller als Füßel Uiöö also Füßel wenn du das siehst, Kampfansage hier mag das Kampfkarnickel der auch noch reinkommen? so ich will das pleidigte Kaninchen jetzt wieder sehen ja das dauert noch einen Mometer 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 also ich meine mein Avatar sieht echt scheiße aus aber Smaki deiner ist ja der kommt mir im nichts nach klatscht der war ja auch so wie so eine Schwuggele ja wohl doch mal Zeit ey ohne Witz oh ich hab viele Sterne eingesammelt jetzt verdiente Sterne? Null geil ich hab für Seder noch nichts verdient ja das recht weil du auch nichts verdienst boah Robert und Nick sind Erster ne ich hab auch keine Ahnung wie lange das geht wieso ihr beide sind wollt grad sagen ich war Erster hatten wir nicht beide 18 Punkte? nein nein ich hab 19 ich hab 19 oh und was anderes ja so jetzt ab gehts komm jetzt verausgab dich nicht zu sehr ab gehts komm Feuer frei oh scheiße den ersten Stern schon verfasst ah wow das war knapp au aber der respawn so langsam nein nein wie scheiße da so komm renn jungen ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße renn ui ach ah Gott was gar nicht wahr in deinem Gerücht ach ey Junge super nein komm ja scheiße oh aua ach so ja alles klar dann musst du dann muss ich hier wieder hier anfangen oder was nein was ist das denn wie kommst du da unten durch Sliden wie geht es Sliden Acht jawohl da ist der Künderkanikel auf der 1 boah und da kommt sofort hier der na komm jungen rennen der Schmacki ist egal so wie slidet man jetzt genau runter linken analog stick runter ah da ist A geh wir bitte aus der Sonne Smacki da ehrlich alter die Mucke ich weiß nicht wenn ihr die Mucke hört ne alter guck mal da steht es 4 von 5 war das jetzt so ganz oben Wettkampfstrecke ok also irgendwie ich muss gar nicht sagen sollt ihr den Schmacki vorne sehen müsst ihr die Tabelle drehen he 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 ich bin aber auch nicht ganz so besonders stolz bei dem Spiel vorne zu sein das ist bestimmt allein diese Hand die am Anfang winkt mit seinen vier Fingern sehr provokant 3 2 1 jawoll 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 8 7 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 20 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 und sowas alles. Ich bin vorletzter, jawohl. Was ist denn Krieger, Alter? Nee, wurde es nicht gewertet, Krieger. Also, ich glaube, das geht in, das gilt als DNF. Ja, herzlichen Glückwunsch von Segelhörchen Robert, dem Pimmel Robert. Ihr könnt ihn gerne haben. Ihr könnt ihn gerne haben, den Sieg. Und zweiter Platz, Kampfkarnickel, glaube ich. Dritter Platz, der schwule Surfer. Und vierter Platz, euer Wozapp. In diesem Sinne, gut schuss, bis zum nächsten Mal. Ciao da. Ciao mit V. Wollt euch das Scheißspielen nicht. Nee, wir gucken jetzt mal, was wir noch an Randspielen finden können. Tschüss. Wollt euch das Scheißspielen nicht. Vielen Dank.